Geschätzte 358 Mal musste ich in den Kommentaren zu unserem AAA-Video die besten Spiele mit K folgende Frage lesen. Und was ist mit Kingdom Hearts? Liebe Leute, das frage ich mich auch. Nino! Nino! Dein neues Kingdom Hearts ist da! Danke Florian! Ich liebe Kingdom Hearts! Und ich liebe dich Nino Kerl! Also ehrlich Leute, ich persönlich hätte Kingdom Hearts auch liebend gerne in unsere AAA-Liste gewählt, aber bei diesem Format kann es eben nur drei geben und über die wurde bereits im Vorfeld abgestimmt und zwar unter den Kollegen von Hi5, GameStar, GamePro und GameTube und hier wurde Kingdom Hearts leider überstimmt. Aber uns bestärkt diese Reaktion von euch einmal mehr in dem Vorhaben, ein Community-Triple-A im Anschluss an die letzte reguläre Folge zu starten und dort könntet dann ihr eure Lieblingsspiele von A bis Z kühren. Wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst uns mal ein Däumchen da. Geschätzte 300, Moment, 58. Ja? Gut. Wir laufen? Ja. Schon wieder. Schau. Die letzte reguläre Folge. So. Ja, so, ja. Ja, so ist das glaube ich ganz. Das wird so dumm aussehen. Kingdom Hearts ist da! Danke Florian! Ich liebe Kingdom Hearts! Oh, dein neues Kingdom Hearts ist da! Danke Florian! how ist die Kass an dericksten같igeikan caso? Ja, das ist ein Teller. рудwidrigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigistkö'veовых Ja.